Schick die Kinder fort. Absperren. Breite da dort. Alle liegen in der gleichen Richtung. Der Börner fährt auf dieser einen Straße. Und wie willst du ihn finden? Einen Raubfisch kann man nur mit etwas Lebendigem fangen. Ich habe das alte Haus mit der Tankstelle da oben an der Landstraße gemietet. Ich würde Sie gerne engagieren. Natürlich können Sie oben in Ihrem Kind wohnen. Ich würde Sie gut bezahlen. Von wem hast du die Schokolade bekommen? Von den Menschen. Anna-Marie hat heute Schokolade-Bilder eingeklebt. Haben Sie ihr diese Bilder geschenkt? Nein, ein Mann hat es ihr gegeben. So hat sie es mir erzählt. Wie gehts? Er hat seinen Kaffee noch nicht getrunken! Noch nicht getrunken! Er hat seinen Kaffee noch nicht getrunken! Er hat seinen Kaffee noch nicht getrunken! Untertitelung des ZDF, 2020